malzeit freunde bei kena und ich würde sagen diesmal kohlen uns erstmal um diese gegner da hinten die uns beim letzten mal ein bisschen zu schaffen gemacht haben ich werde ich muss die beiden dinger darum aktivieren glaube ich ich weiß es nicht um die tür aufzukriegen aber gute frage nächste frage erst mal kümmern uns um die enemies so da kommt der dicke der kann man mit her kommen so nicht so dass ich ein schild aktiviert habe naja aber den hund auch so dann können wir hier einmal im kreis und kommen wo zum henker sind wir jetzt andere seite hier jetzt hoch zu dem haus dann will ich noch mal schnell hier in die ecke gucken weißt du hier auch noch auf die hochging keine ahnung wir gucken einfach mal was der weg für uns bereithält gut laden damit habe ich jetzt nicht gerechnet jetzt einfach so cool wieder auf den boden klopft und alles passiert gut hier können wir nicht durch aber keine tropfen haben gut also später wissen war bescheid dann können wir jetzt ganz entspannt zu der hütte gehen ach ja aber noch einen kleinen kumpel gewinnen gut dass wir runter gegangen sind so ich muss jetzt hier geht es nicht weiter ich habe mich hier hoch das ist perfekt so so drauf stehen bleiben können da geht es so runter geht es doch schon wieder hin und wo noch da jetzt gibt es viele wege ne der husu berg was habe ich jetzt gemacht ach so es ist warb gewesen ne warb wollte ich mich jetzt nicht so der einfachste weg ist natürlich kaputt jetzt könnte man überall rum schwimmen und gucken ob man hier noch was findet wir müssen auf jeden fall auf die insel da ist ja so eine komische blume ich weiß nicht ob wir da hinkommen jetzt so ich habe es geahnt sie schwimmt auch ein bisschen langsam wie mein geschmack habt ihr hier irgendwas auf dem herzen kein Problem wo muss ich denn lang überhaupt wahrscheinlich da ach du im ernst ist ja fast gar kein umweg was war das hier ist alles cool hier erscheint nicht mehr da ist was blank geflogen ist so ok wenig aus mord so enemies eine heilblume die lassen wir schön stehen noch eine heilblume wie viele heilblume hätten sie ja mal ja aua das soll ich kommen sehen ja das soll ich kommen sehen ich brauche ja gar nicht zaubern ne aua wenn er so aktiviert glaube ich die blumen den joh warum kann ich ihn denn nicht mit meinen mit was bringen denn diese komischen baumstufen Au. Los, Jungs. Auf ihn. Das Blümchen haben wir schon, das können wir ja stehen lassen, weil wir uns ja außerhalb eines Kampfes heilen. Jetzt leuchtet das da unten so ein bisschen, das gucken wir uns nochmal an. Hä? Sag dir mal das hochheben. Hä? Hä? Was ist denn mit diesem Ding? Tja. Was soll ich sagen, Freunde? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Später mehr dazu, würde ich mal sagen. Kann ich hier nichts machen? Ok. Ja, wo ist sie denn jetzt hin? Sie ist halt einfach weg, die Erinnerung. Danke dafür. Ach hier. Da waren wir eben. Da haben wir mal die Lampen, mein Kollege. Ach hier komme ich nicht hoch. Ah, ok. Gar kein Problem. Wo ist das? Ah. Wann ist sie? Wann ist sie schon? Da wird mir jetzt kein Video gebraucht. Die Tränen, die kennen wir ja schon. Echt ein bisschen kompliziert zu... Zwei Dinger gleichzeitig zu steuern, weil ich muss ja mich steuern und die Rotz. Ach, Mist. Oh, schmeckt's. Ist die noch halbessen in dir? So, Blumenschrein 1 von 3. Ich dachte, der gehört aus einem anderen Gebiet, aber es ist schon ein neues Gebiet. Gut. Dann gehen wir jetzt hier längst. Da können wir uns festhalten, warum auch immer. Weil man kann ja auch einfach da lang gehen. Hey, da waren wir eben. Da waren wir doch eben. Das kennen wir doch. Weil es hier jedes Mal mehrere Wege zu einem Ziel gibt. Das finde ich irgendwie ein bisschen verberühlt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein Gott. Ah. Okay. Schön. Ach, hier kann ich gar nicht langlaufen. Ach so. Gut zu wissen. Wie sie einfach direkt hier sind. Ich hätte auch alleine hier auch teleportieren können. Was ist so falsch mit seinem Haus? Wo ist denn sein Haus? Ach doch. So, die Frage der Fragen ist jetzt, müssen wir hier runter oder müssen wir da hoch? Ich würde mal sagen, wahrscheinlich gibt es noch einen Weg. Ah. Oh, sack. Gut. Soviel zu dem Thema. Dann gehen wir halt einfach mal hier lang. Hier rutscht immer wieder. Yes. Hier rutscht immer wieder unser Verderben. Ach, scheiße. Gut, dann ist der direkte Weg. Warum kann ich jetzt zweimal runter? Ja, und steht in Ruhe. Das müssen wir uns merken, Freunde. Da steht in Ruhe. Da müssen wir doch ein bisschen schwimmen müssen. Na gut, wenn wir hier unten sind, müssen wir schwimmen, Freunde. Müssen wir uns merken. Komm doch her. Ich wüsste hier runter. Okay. Soweit, so gut. Jetzt ist es mal hier rüber. Dann hier rüber. Gibt es hier vielleicht noch was? Nö, 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 nö. Links oder rechts? Wir gucken mal in die Höhle rein. War das jetzt der originalen richtige Weg oder der falsche? Jetzt kommen wir noch da hinten. Aber da war doch noch ein Weg gerade. Ha. Ich habe mich schon wieder runterrutschen sehen, ne? Wenn ich ehrlich bin. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja. Maybe. Sind das jo? OP-Tierchen. Okay, danke Jungs. Nice. Was gibt's denn hier? Hm. Aber wo hätte mich denn der andere Weg hingeführt? Da lang und dann... Da ist ne Höhle. Da ist irgendwas. Da müssen wir nochmal hinführen, ne? Oh. Das Verrückte ist stark. Da muss ich noch ein Relic. Da muss ich noch ein Relic sein. Woher? Ich muss noch eine andere Weg aufkommen. Ich komme für dich, wenn mein Arbeit hier ist getan. Tja, ähm... Jetzt heißt es wahrscheinlich kämpfen, 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 kämpfen und kämpfen. So, bist du für ein Typ? Ja, mit deinem Scheißschild! Ha, geil! Hey! Nicht so, Freunde, nicht so! Ach, wie auch so ein Dicker! Guck mal, rein Interesse, aber was soll ich denn jetzt hier machen? Das Ding ist zu... Außer nicht zu sterben! Alle Gegner töten, maybe? Ich glaube nichts gegen Heal einzuwenden! Hm... Das reicht schon! Okay... Ich dachte, die Blume muss aufgehen! Das reicht noch nicht! Okay... Versuch Nummer 2! Jetzt haben wir's! Ich weiß nicht, ob wir hier hin müssen! Okay... Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Nein, wir nehmen... Aber irgendwann... Oh, ich weiß nicht! Okay... Jetzt kommt irgendwas Dicke zu haben! habe ich so ein Gefühl. Okay. Hallo Klapper. Okay. Ich muss schneller sein. Ich gucke noch ein Stück. Hier? Nee. Ja, gleich wie Apodo, weißt du? Au. Ich würde gerne meine Rotz auf ihn ansetzen, aber auch wie. Geht das nicht. Also, warte mal, jetzt keinen Kampf an und ab und verprügeln hier ein bisschen. Gut, bei den schnellen Haken auch bleiben. Okay, man treffe ich mir öfter. Oh, es kommt drauf. Oh, das ist ja gut. Okay. Oh, das ist ja gut. Okay. Oh, das ist ja gut. Au! Wo denn? Wahrscheinlich hinter mir, so wie es aussieht! Er ist da oben irgendwo! Der Hund, da komm ich doch nicht hin! Ziemlich unfair von ihm! Ähm... Okay, oh, jetzt kommen ja die Kunden! Au! Ähm... Tozo! Aaaaah, blebio! Oh! Uh, kein Apo-Nio! Ah, der war gut, der war gut, der war gut! Nice! Ah, waren wir vielleicht ein bisschen zu nah ran! Oh, jetzt geht das da oben wieder los! Hey! Ich hätte die Heilblume möglicherweise wirklich nicht so früh nehmen sollen! So, jetzt kommen die Großen hier wieder! Da ist noch! Komm, wirf! 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 Puh! Das habe ich nicht kommen sehen! Ich muss die ja vielleicht erstmal wegkriegen! Oh, Gott! Rudi! Ich werd' da oben mal rein... ... ... ... ... ... ... ... jetzt habe ich den kleinen übersehen nicht im ernst er war noch schon tot quasi ach scheißen dreck hier nicht und die blume immer uns auf und wird der natürliche baby der art klingelt los, wirf und wirf schaffen wir nicht, schaffen wir nicht ach, Mist höööö Mischst du dich jetzt hier ein? Der ist da oben, er ist blau. Der ist da oben, er ist da oben, er ist da oben. Ah, Scheißen-Dreicht! Oh, ich wier' zu langsam. Oh, die kleine Werbeck holen, die nerven gerade ein bisschen. Sehr gut. Oh, jetzt ist er wieder da oben. Au! Wow! Ich nehm' mich auch direkt trifft mit so ner Scheiße. Hau jetzt hier ab, du nerviges Mistvieh! Ah, ja! Das ist natürlich smart aus der Hölle. Das ist natürlich das Problem. Das schaffen wir nicht. Wirf! 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 Wirf!